Dies ist eine Information der Stadt Bern. Are Freibäder Entlang der Are locken im Sommer in mehreren Gemeinden Schmuckebäder mit direktem Zugang zur Are oder bieten in abgetrennten, mit Arewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heissem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Freibad Marzili Das wohl berühmteste Freibad in der Stadt Bern mit Blick auf das Bundeshaus zieht jedes Jahr tausende Badende und Sonnenhungrige an. Durch den direkten Zugang zur Are bietet das Marzili viele Ausstiegsmöglichkeiten nach einem gemütlichen Are-Schwumm. Nebst den allgemeinen Verhaltensregeln ist es wichtig, die Signalisation der Ausstiege gut zu beachten, um rechtzeitig vor der Danmazi-Brücke aus dem Wasser zu sein. Bitte gegenseitig Rücksicht nehmen Badende können bei den Treppen auf Höhe Marzili oder via den Buba-Kanal aussteigen. Für Bötli gibt es nach dem Buba-Kanal eine Bootsrampe. Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen ihre Bahnen im 50-Meter-Becken, während ein separates Kinderbecken bei den Kleinsten für Wasserspaß sorgt. Das direkt an der Are gelegene Freibad Lorene lädt zu einem erfrischenden Bad in der Are ein. Hier fließt das Wasser dank einer baulichen Abgrenzung zur freien Are etwas langsamer und und es ist der ideale Ort für einen gemütlichen Sommernachmittag. Aber auch hier gilt, Vorsicht beim Schwimmen in der Are. Familien kommen dank einem Kleinkinderbecken und einem Kinderspielplatz auch auf ihre Kosten. Der Campingplatz Eichholz liegt idyllisch direkt am Are-Ufer. Die angrenzende große Liegewiese eignet sich hervorragend, um die Seele baum zu lassen und die Hektik des Alltags zu vergessen. Geübte Schwimmerinnen und Schwimmer können vom Eichholz in der Are bis ins Marzili schwimmen. Wir empfehlen, vor dem Schwumm einen Blick auf die Gefahrenkarte der SLRG zu werfen. Das Flussbad Schwäbis in Thun ist eine kleine, schmucke Anlage. Sie bietet seit 1884 in nostalgischem Rahmen eine familiäre und gemütliche Atmosphäre. Mit den Sitzplätzen des Restaurants direkt an der Are sind Feriengefühle garantiert. Das Flussbad erlaubt das Schwimmen in der Are in einem kurzen, ruhigen Abschnitt. Da es sich dabei um ein Naturgewässer handelt, kann auf die jeweilige Wassertemperatur kein Einfluss genommen werden. Beachten Sie bitte die Baderegeln des Flussbads. Gleich vor den Toren von Bern wartet die Gemeinde Muri bei Bern von Mai bis September mit einem schmucken Bad auf. Als besondere Attraktion bietet auch das Arebad neben seinen Schwimmbecken die Möglichkeit, sich im kühlen Nass der Are zu erfrischen. Aber auch hier wird darauf aufmerksam gemacht, Achtung nur für gute Schwimmer, der Are muss mit sehr viel Respekt begegnet werden. Parkbad Münsingen Eingebettet in die attraktive Are- und Auenlandschaft bildet das Parkbad in Münsingen einen äußerst attraktiven Erholungsort, der auch von auswärtigen Gästen geschätzt wird. Die Saison dauert jeweils von Anfang Mai bis Mitte September. In all den Jahren wurden an der Anlage Erneuerungen, Ausbauten und Sanierungen vorgenommen. Während der ganzen Saison wird das Parkbad mit dem Ortsbus im Halbstundentakt bedient. Das Parkbad wird jährlich von gegen 150.000 Gästen besucht.